What you're thinking brings up to the moon Guys, what you're trying to do Oh Warum machen wir es so schnell an? 8, 5, 5, 6, 7 Okay, hi was geht? Among Us sind bei dir so Wo? Ich denke ich den Kompf Was ist denn Kompf? Janis Kompf, nicht von unten Ja von Navigation, ja das ist richtig Ja wie bist du denn gelaufen? Ich bin direkt zur Navigation, weil ich irgendwie keine Aufgaben hatte Von oben oder unten? Von oben Von oben ist er gekommen Ich bin von oben, direkt zur Navigation Hab die Aufgabe mit dem Kreuz gemacht Dann kriegen O2 an, hab O2 gefixt, weil Tim irgendwie viel zu langsam war Ja Tim war echt uhrlangsam, alter Und dann bin ich direkt zu lang umgelaufen Ich kann nur Tri-Rex und Sarah für den Kill ausschließen Bei Sarah waren Navigation Als ich die letzte Einer war mit mir eingesperrt Ty-Rex und Ty-Rex war ein Shield Irgendeiner war mit mir eingesperrt, den hätt ich töten können So, Kai, was hast du gemacht? Ich war mit mir in Electrical Ja und dann war ich in Electrical Ich glaube es ist Weiß, weil Weiß ist irgendwie Lost wieder aus Storage rausgekommen Ja, aber er war mit mir eingesperrt und er hat nichts gemacht Ja, aber wenn er davor jemanden gekillt hat, dann kann er ja nicht Und da war keine Leid gekillt Warst du in Communication? Was? Du warst er? Ich habe da nur Dings gemacht Ja, ja, ja ... Ich musste aber Damm retirieren Ja, aber wir waren doch dann da zusammen eingesperrt Ja aber wenn du davor ist- Gleich kurz was sagen Wenn du davor jemanden gekillt hast, dann kannst du ja so並 nicht irgendjemanden killen Vielleicht wolltest du dir ja damit ein Alibi holen. Nein, ich schwöre, ich war doch mit ihm da eingesperrt. Ich war nicht da drin. Ey, ich hasse es. Überwech. Mr. Jampa, was hast du denn gemacht? Äh, ich war erst in Admin, hab die Karte geswiped und dann bin ich mit Banan Electrical. Hä? Ihr wart auch in Electrical? Hä, Basti, wo wart ihr zum Schluss? Ich war eingesperrt mit dem. Wo? Wo? Da wollte ich in Electrical. Hä? Wo warst du eingesperrt? Hä, wir waren immer noch eingesperrt da. Hä, aber... Da war ein Typen da eingesperrt. Wo warst du ein... wo? In Electrical, hat er gesagt. Wie heißt dieser Raum da dazwischen? Storage. Ja, Storage kann sein. Okay. Ich weiß nicht, wie es heißt. Verdächtig. Ah, perfekt. Okay, first try, bitte, bitte, bitte. Ich fange diese Scheiße. Nein. Geht doch. Geht doch. Wo? Electrical. Wer war, wer war gerade in den Camps? Ich war in Camps und bin dann rüber gelaufen und da bin ich irgendjemand über am Weg gelaufen. Ich weiß aber nicht, wer es war. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber es hätte theoretisch jemand gewandet sein können zu Security zum Schluss. Ich war die ganze Zeit in Security und bin dann da lang gelaufen. Wo bist du denn... Ich war schon wieder weiß hier. Ich war schon wieder weiß. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warum bin ich die ganze Zeit... Nein, warte, warte, Basti. Wo bist du... Was hast du die ganze Runde über gemacht? Ich war 24-7 in Security. Schwach. Nee. Nee, einmal bin ich... Ich musste ja da auch erst mal hinlaufen. Ja, da war nicht die ganze Zeit jemand in Security. Ich war aber lang, ja. Ich war wirklich... Ja, aber lange heißt nicht die ganze Zeit. Das ist so traurig. Ich bin immer fast, Digga. Aber ich will doch einfach so meine Kappers. Ich will dich eigentlich einfach nur raushalten. Denn das Ding ist, ich bin mir jetzt auch nicht so 100% sicher, weil ich dieses Ding in Admin hasse. Aber ich bin mir eigentlich schon sicher, dass nicht die ganze Zeit jemand in Camps war. Also ich finde echt, dass Basti verdächtig ist. Ja, das ist auch. Ja, aber warum... 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 Ähm, wie heißt... Sagst du denn, dass du die ganze Zeit in Camps warst, obwohl es ja nicht stimmt? Ich warte gar nicht. Ich musste da auch erst mal hinlaufen. Welche Aufgabe hast du denn sonst... Ich bin 24-7 in Camps ge... Ach, okay, ja. ...dass irgendjemand gewankt hätte in der Kamera. Ja, das sagst du jetzt am Ende oder was? Woher willst du das denn gesehen haben? Ja, gar kein Fan. Oder ob jemand eben... Oh, ne, kann man das sehen. Bitte, bitte, bitte. Ja! Ich will Luca trotzdem im Auge behalten, weil ich das auch ein bisschen komisch finde, dass er direkt gebootet hat. Also, ihr könnt mich gerne im Auge behalten, aber für mich geht die Runde jetzt endlich mal entspannt los. Guck mal. Könnt ihr mir kurz einmal Bestätigung geben? Es war doch bei diesen Dingen nicht die ganze Zeit jemand da. Weil ich dachte nämlich auch einmal, dass die Person nämlich vielleicht eventuell von Security zu Upper Engine gelaufen ist. Und dann danach war mir nicht wieder jemand in Security. Aber die Person... Das hat ja theoretisch auch wer anders sein können. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber ich... Ja. Kann mir gut vorstellen, dass Basti es halt echt war. Ich glaub, dass es Purple ist, denn er hat beide Leichen reported. Echt? Warte, wer ist Lila? Hat... Scheiße, Tim! Warte mal! Kennst du nicht? Was hast du die Runde gemacht? Ähm, Moment. Ich muss kurz schauen. Erstmal überlegen, was du als Ausrede nehmen kannst. Perfekt. Ja, bei Electric Girl mit Person. Mit wem? Mit wem? Mit wem? Weiß grad nicht. Vielleicht grün war das Mr. Jumper. Dann... Was hast du da für eine Aufgabe gemacht? Die drei Aufgaben da eben hab ich dann gemacht. Weiß jetzt nicht welche genau, aber... So schnell? Ne. Die war schon lange dort. Die Tür war ja auch... Okay, okay, okay. So bin ich dann hingegangen... Richtung... Navigation bin ich hingegangen, genau. Ach, also an Schilds vorbei. Perfekt. Also mein Bauchgefühl sagt mir, das kennst du nicht. Es ist weil... Tim ist nämlich in Electric Girl reingegangen. Und dann ist er grad noch so durch die Tür reingekommen. Und ich bin vor geschlossener Tür stehen geblieben. Dann dachte ich so, okay, er kann Tim jetzt eh nicht killen. Weil es halt so obvious wäre. Weil ich da halt das direkt gesehen habe, dass die da beide drin sind. Und dann, als die Tür nämlich wieder auf war, ist er direkt wieder raus gesprintet. Und er ist ja genau in der selben Richtung wie Tim. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er es tatsächlich war. Weil Luca direkt danach auch noch bei Electric Hill reinkam. Da würde ich nämlich nicht sagen, dass es Luca ist. Weil ich glaube, das kann man den Zeitraum nicht schaffen. Mh, Mr. Jampa hat Light gefixt. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. Yannis, was hast du gemacht? Ich hab einen App mit einem Upload gemacht. Und bin dann bei Matt Bay, hab das mit der Reagenzfaser, also die einen gemacht. Tim, was hast du gemacht? Mit Halt, Tim. Weil wir... War die ganze Zeit beieinander? Nicht die ganze Zeit, aber zum Schluss, wo Leis ausging. Aber ich vergesse. Sorry. Oh, leil. Ich hab auch nicht... Bitte lass die zu Ende sein. Das wär voll die krasse Runde. Wiederschau. Und ein Graube. Okay, die Runde ist doch nicht... Ich hab keinen schon wieder getötet. Doch, was? Loil. Alter, ich hab die Runde einfach alleine gerockt. Ich hab doch gesagt, dass es potzt die.